Wir sind offen für jede Ansprache. Jeder, der uns anspricht, nehmen wir ernst. Wir sprechen mit den Menschen. Wir nehmen die Meinung auf und bewerten sie dann. Wir haben aber auch eine repräsentative Demokratie, dass die Volksvertreter von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt werden und wir haben eben halt nicht das plebizitäre Element, dass das sozusagen per Bürgerentscheid oder Umfrageentscheidungen getroffen werden. In Emshorn sind schon einige Sachen gestartet worden oder laufen auch immer wieder jetzt. Umfragen zum Beispiel zur Nachhaltigkeitsstrategie gab es die Umfragen zum Stadtentwicklungskonzept, gab es Workshops mit Bürgerbeteiligung. Ich denke, wichtig ist aber auch hierbei, dass man darauf hört, was die Bürgerinnen sagen und dass das auch umgesetzt wird. Ich persönlich fände es auch toll, wenn von den Bürgern mehr Bürgeranträge kommen würden in die Gemeindevertretung oder auch Ratschläge und Anfragen. Wir haben bereits sehr gute Beteiligungsmöglichkeiten in dieser Stadt. Wir haben einen sehr aktiven Kinderjugendbeirat zum Beispiel. Wir haben einen aktiven Seniorenrat. Dort können alle Emshornerinnen und Emshorner mitwirken. Das wollen wir unbedingt weiter fördern. Diese Gremien haben auch ein hohes Gewicht in Emshorn. Das unterstützen wir ausdrücklich. Darüber hinaus ist es sicherlich auch immer spannend, mal projektbezogen mitzuwirken. Da gab es jetzt gerade im Innenstadtbereich auch diverse Workshops mit einer großen Resonanz, großen Beteiligung der Öffentlichkeit. Wir sind der festen Auffassung, dass jede Ausschusssitzung, jedes Stadtverordneten-Kollegium ins Internet übertragen werden muss. Das führt dazu, dass einfach mehr darauf zugreifen können. Auch im Nachgang nochmal, man hat nicht immer um 18 Uhr Zeit, um so eine Sitzung beizuwohnen, aber man kann nochmal nachhören. Dann hört man auch nochmal mehr, über was noch alles weiteres gesprochen wird, was dann vielleicht in den Beschlüssen nicht zwangsläufig so sich wiederfindet. Aber wir haben sehr viele interessante Diskussionen, die wir führen, spannende Diskussionen und das ist schon mal wichtig, glaube ich, dass sie das mitbekommt. Die Partizipation der Bürger in die Politik der Stadt ist im Prinzip durch mehrere Möglichkeiten zu realisieren. Wichtig ist für uns, dass wir Fragen bekommen, dass wir die mit einbringen können, dass wir Ideen bekommen. Daran hapert es manchmal und manchmal verhabelt es auch am Verständnis der Fragen.